Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4234. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dehnung und Bewegung machen mich stark und widerstandsfähig in jeder Situation. Dehnung und Bewegung machen mich stark und widerstandsfähig in jeder Situation. Rufen Sie uns jetzt an für eine kompetente und kostenlose Beratung. Wir haben es als Team geschafft und sind stolz auf unsere Ergebnisse. Du musst unbedingt etwas gegen den Stress tun. Hast du es schon einmal mit Meditation versucht? Du musst unbedingt etwas gegen den Stress tun. Hast du es schon einmal mit Meditation versucht? Wer hat heute gespült? Diese Tasse ist nicht sauber. Das kann ich nicht dulden. Wer hat heute gespült? Diese Tasse ist nicht sauber. Das kann ich nicht dulden. Wer hat heute gespült? Diese Tasse ist nicht sauber. Das kann ich nicht dulden. Heute war es gut in der Schule. Ich habe den Test bestanden. Kann ich deine Reisetasche mit in den Urlaub nehmen? Plötzlich fing es an zu schneien. Ich habe nicht damit gerechnet. Plötzlich fing es an zu schneien. Ich habe nicht damit gerechnet. Dein Selbstbewusstsein zu stärken, ist das Ziel meines heutigen Seminars. Dein Selbstbewusstsein zu stärken, ist das Ziel meines heutigen Seminars. Ich bin mit der Hausarbeit fertig. Wir können uns in einer halben Stunde treffen. Ich bin mit der Hausarbeit fertig. Wir können uns in einer halben Stunde treffen. Ich bin mit der Hausarbeit fertig. Wir können uns in einer halben Stunde treffen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir haben draußen ein Fondue gemacht. Wir haben draußen ein Fondue gemacht. Wir haben draußen ein Fondue gemacht. Schau in deinen Kalender. Können wir uns Anfang nächster Woche treffen? Wenn möglich vormittags. Schau in deinen Kalender. Können wir uns Anfang nächster Woche treffen? Wenn möglich vormittags. Schau in deinen Kalender. Können wir uns Anfang nächster Woche treffen? Wenn möglich vormittags. Auf der Dorfstraße passiert nichts. Nur eine Mülltonne wartet darauf, abgeholt zu werden. Auf der Dorfstraße passiert nichts. Nur eine Mülltonne wartet darauf, abgeholt zu werden. Auf der Dorfstraße passiert nichts. Nur eine Mülltonne wartet darauf, abgeholt zu werden. Gutes Aussehen ist mir wichtig. Ich verwende viel Zeit darauf. Gutes Aussehen ist mir wichtig. Ich verwende viel Zeit darauf. Wir müssen noch einmal darüber reden. Mit meinem Mountainbike geht es steil bergauf. Mit meinem Mountainbike geht es steil bergauf. Mit meinem Mountainbike geht es steil bergauf. Regelmäßige Saunabesuche gehören zum Training des Herz-Kreislauf-Systems und verbessern die Sauerstoff-Versorgung des Körpers. Regelmäßige Saunabesuche gehören zum Training des Herz-Kreislauf-Systems und verbessern die Sauerstoff-Versorgung des Körpers. Ein runder Tisch und vier weiße Stühle stehen vor einem roten Vorhang auf der Bühne. Ein runder Tisch und vier weiße Stühle stehen vor einem roten Vorhang auf der Bühne. Ein runder Tisch und vier weiße Stühle stehen vor einem roten Vorhang auf der Bühne. Ein runder Tisch und vier weiße Stühle stehen vor einem roten Vorhang auf der Bühne. Ich arbeite auf einer Rinderfarm in Kentucky. Meine Rinder sind den ganzen Sommer über draußen. Mein Arbeitgeber verlangt, dass ich bei der Arbeit einen Anzug trage. Mein Arbeitgeber verlangt, dass ich bei der Arbeit einen Anzug trage. Mein Arbeitgeber verlangt, dass ich bei der Arbeit einen Anzug trage. Zu Hause ziehe ich ihn sofort aus. Jeden Tag nehme ich mir Zeit für längere Meditationen. Jeden Tag nehme ich mir Zeit für längere Meditationen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. und gib uns einen Anzug nach den Ausgust. Ich rufe den Tag und sage nicht. Er wird die ein Anzug.